Ich weiß, dass ich mich mit dem Titel weit aus dem Fenster lehne und dich natürlich in diesem Video jetzt liefern muss und das werde ich auch tun. Hintergrund ist, dass wir in den letzten drei Jahren knapp über drei Millionen Umsatz alleine über LinkedIn gemacht haben. Und du wirst es kaum glauben, dahinter steckt eine klare Strategie bzw. ein ganz klares Marketing-System. Wie dieses System ganz genau funktioniert und wie du es auch für dich umsetzen kannst, erfährst du in dieser Folge und ich würde sagen, dass wir direkt reinspringen. Bevor wir jetzt starten, möchte ich mich kurz für den ganzen Support in der letzten Zeit bedanken. Wir sind wirklich auf dem besten Weg, 5000 YouTube-Abonnenten zu knacken, was mich unglaublich freut und gleichzeitig unsere LinkedIn-Marketing-Community hat auch über 1100 Mitglieder geknackt. Also wenn du dort noch nicht unterwegs bist, dann solltest du es unbedingt tun. Jede Woche finden da super spannende Workshops statt. Den Link dazu findest du hier direkt unter diesem Video. In den letzten Jahren haben wir unser Unternehmen erfolgreich über LinkedIn skaliert und heute zeige ich dir, wie wir das angestellt haben. Und vor allem mit welchem neuen System. Folgendes wirst du in der Folge heute lernen und zwar, wie du Content erstellst, den der Algorithmus liebt. Ich werde ganz genau zeigen, welche Strategie dahinter steckt, dass wir solche Anfragen bekommen über LinkedIn, wie zum Beispiel von Marina, die mir geschrieben hat, du wurdest wärmstens empfohlen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir uns zeitnah dazu austauschen können, wie du deinen Terminkalender wirklich sympathisch über die Plattform gefüllt bekommst. Das ist unser exaktes System für profitable LinkedIn-Ads. Wir haben, glaube ich, in den letzten drei Jahren über 300.000 Euro ausgegeben. Mittlerweile dürften es 350.000 oder sogar 400.000 Euro sein. Also ein bisschen was haben wir gelernt. Und das hat am Ende alleine in den letzten zwölf Monaten zu über 500 Anfragen geführt. Und das war auch der Schlüssel, um auf über eine Million Jahresumsatz zu wachsen mit unserem Unternehmen. Und das Coole daran ist, dass dahinter wirklich eine klare Strategie steckte. Und vor allem ist es am Ende ein Marketing-System, was du dafür brauchst. Und das Beste daran aus meiner Sicht ist wirklich, wenn man sich gerade auch B2B-Aquise anguckt, dass diese Strategie und dieses Marketing-System auch ohne ein gigantisches Sales-Team auskommt. Ich hatte dahinter zwei Closerinnen, die das Ganze sozusagen, die Anfragen dann zu Kunden gemacht haben. Du brauchst keine Ads-Agentur für dieses System. Ich werde ganz genau zeigen, wie du wirklich auch die Ads selber managen kannst, wenn du dich mit Trainings von uns beschäftigst. Dann Kalterquise brauchst du auch nicht wirklich dafür oder du baust es parallel auf, was ich dir heute sozusagen zeige. Vorträge und Messen bist du auch nicht mehr irgendwie abhängig davon, kannst das auch alles sozusagen dazunehmen. Und vor allem, glaube ich, haben alle mit dem Thema Content auch irgendwie in irgendeiner Form gestartet. Aber es ist immer nur die Hälfte der Miete. Und ich habe auch, glaube ich, auf jeder Plattform bin ich irgendwann mal rumgeturnt, bis ich gemerkt habe, das ist auf jeden Fall nicht der Schlüssel, um erfolgreich zu skalieren. Und du hast mit dem, was ich dir heute vorstelle, die Chance wirklich über dein Netzwerk und auch über Empfehlungen hinaus mit deinem Unternehmen zu wachsen. Und ich glaube, das ist etwas, was alle hinbekommen wollen. Wie setzt du jetzt dieses Marketing für dich um, dieses Marketing-System? Und dazu habe ich ein richtig cooles Arbeitsblatt mitgebracht. Und wenn du das haben willst, einfach kurz LinkedIn-Marketing-System unten in die Kommentare schreiben. Dann schicke ich dir den Link dazu zu. Du kannst das wirklich einmal für dich sauber sozusagen ausfüllen. Weil das ist meine Hoffnung, dass du wirklich auf einem Zettel eigentlich deine gesamte LinkedIn-Strategie oder das perfekte LinkedIn-Marketing-System auf einen Blick hast. Erster Punkt, relativ simpel. Du musst wissen, wen du haben willst. Ansonsten bringt dir das alles nichts. Und die einfachste Möglichkeit ist einfach, sich mit der erweiterten Suche von LinkedIn vertraut zu machen. Das bedeutet, in diesem Beispiel, was ich mal gemacht habe, habe ich einfach mal Geschäftsführer Hamburg eingegeben und hatte die perfekte Liste von 2400 Leuten, die genau in diesem Fall in meiner Zielgruppe sind. Und da kann man natürlich jetzt alles Mögliche durchspielen, immer abhängig davon, ob du Softwareunternehmen erreichen willst, ob du mittelständische Unternehmen erreichen willst, Maschinenbau erreichen willst, selbstständige Berater und Coaches erreichen willst. Aber das ist der erste Schritt, wirklich mal rein über die Suche zu schauen, ob du deine Zielgruppe findest. Dafür brauchst du auch keinen LinkedIn-Sales-Navigator. Es gibt wirklich wenig Kundinnen und Kunden, die wir auch beraten haben, die jemals den Sales-Navigator gebraucht haben, um ihre Zielgruppe zu finden und insofern da wirklich mal die ganz normale Suche benutzen. Und das wäre auch der erste Schritt, die erste Aufgabe, dieses Feld einfach mal auszufüllen, wer deine Zielgruppe ist. Und wenn du am Ende nicht weißt, wer das sein kann, weil du so viele unterschiedliche Zielgruppen in den letzten Jahren hattest, dann schnapp dir deine Lieblingskundin oder deinen Lieblingskunden oder stell dir die Frage, von welchem Kunden du einfach mehr haben willst. Das ist immer noch besser als, hey Robert, ich würde jeden nehmen, der sich meldet. Weil das wird nicht funktionieren, wenn du mit deinem Unternehmen Anfragen haben willst oder auch skalieren willst. Schritt Nummer zwei. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Schritt und, glaube ich, auch der größte Fehler, den ich sehe, warum viele Leute keine Anfragen und Kunden überlinkt in Gewinn. Weil sie gar kein Gefühl dafür haben, ob sie wirklich ein Problem lösen ihrer Zielgruppe. Das bedeutet, hat deine Zielgruppe einen Bedarf für dein Angebot? Und das ist wirklich der gängigste Fehler, den ich sehe, dass Leute Angebote haben, wofür es gar keinen Bedarf gibt. Und die einfache Frage oder der andere Vergleich ist, wo hat deine Zielgruppe Zahnschmerzen? Also wo drückt wirklich der Schuh? Wenn dein Angebot irgendwie nice to have ist, dann ist es cool, aber dann wird es immer schwierig sein, das Ganze zu verkaufen. Was kannst du tun? Wirklich, ChatGBT nutzen. Da gibt es zahlreiche Videos von mir aus den letzten Wochen, wo ich genau das gezeigt habe. Kannst du mir 10 Probleme geben, die ein mittelständisches Unternehmen im ländlichen Bereich bei der Gewinnung von neuen Fachkräften und Auszubildenden hat. Und ChatGBT spuckt dir die perfekten Probleme aus, die du dann nutzen kannst für dein Content, für deine Trainings, für die Akquise. Aber du musst dich Problem-Based Positioning, kann man das schön taufen, in Probleme positionieren deiner Zielgruppe. Zweite Möglichkeit, super simpel, ist auch LinkedIn-Umfragen für sich zu nutzen. Relativ simpel, eine Umfrage habe ich hier gemacht, zu welchen LinkedIn-Themen könntest du Tipps gebrauchen? Social Selling und Akquise war deutlich der Sieger und das ist auch der Grund, warum wir in den letzten Jahren alles darauf ausgerichtet haben, weil wir einfach gemerkt haben, unsere Zielgruppe hat dort ein Problem, was wir lösen können. Das bedeutet, nächster Schritt für dich, im Arbeitsplatz genau das auszufüllen, welche Probleme, welche Zahnschmerzen hat deine Zielgruppe. Kommt der nächste Schritt, jetzt natürlich die Frage, wie gewinnst du die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe? Das bedeutet, du hast bestenfalls jetzt deine Zielgruppe identifiziert, hast sie hinzugefügt, weißt genau, wo der Schuh drückt. Jetzt natürlich die Frage, wie kriegst du deren Aufmerksamkeit? Und da ist wirklich die Grundidee bei LinkedIn-Content, egal bei welchem Content eigentlich, welche Inhalte interessieren deine Zielgruppe? Die meisten posten wirklich aus dem Bauch heraus, was bei ihnen im Leben passiert, ob es eine neue Pflanze im Büro gibt, ob der Bürohund heute mal wieder zu Besuch ist. Völlig irrelevant. Stell dir die Frage, was deine Zielgruppe interessiert. Und du kannst es am Ende wie in einem Magazin für deine Kunden sozusagen dir überlegen, wenn ich jetzt sozusagen Maschinenbauunternehmen im ländlichen Bereich gewinnen will, für, was weiß ich, meine Recruiting-Agentur, da musst du dir natürlich Gedanken machen, was interessiert die Geschäftsführer oder die Personalleiter. Und darum muss sich dein gesamter Content drehen. Keine Büropunde, keine Juckapalm, nichts davon, sondern nur Content, der darauf ausgerichtet ist. Und das kann man relativ simpel runterbrechen und dir mal wirklich überlegen, was sind so die großen drei Themen? Wie kann man das sozusagen identifizieren? Gerade, was weiß ich, Employer-Branding wäre es dann vielleicht, gerade Herausforderungen von mittelständischen Unternehmen im ländlichen Bereich als Schlagwort. Und, was weiß ich, neueste Recruiting-Strategien oder so. Und genau das siehst du bei uns. Ich habe zum Beispiel wirklich sowas wie Social-Selling geschnappt, Content geschnappt und auch regelmäßig über LinkedIn-Ads zum Beispiel zu machen. Du kannst es auch auf fünf Themen erweitern. Aber wirklich mal definieren, was sind so die drei großen Überschriften für deinen LinkedIn-Content, die deine Zielgruppe interessieren. Und jetzt kommt, glaube ich, der spannendste Part, weil bis hier schaffen es die meisten sozusagen bei LinkedIn. Beim Content sozusagen, da wird es dann meistens schon so ein bisschen umsauber, wo die Leute keine klare Strategie haben, beziehungsweise so der rote Faden fehlt. Aber jetzt kommt der spannendste Part, wie kriegst du das konvertiert? Weil natürlich Content nur die halbe Miete ist. Auch Leute kriegen sozusagen Reichweiten hin, aber dass da wirklich Kunden daraus entstehen, selten. Und am Ende gibt es eine ganze Liste an Strategien, wie man das Ganze machen kann. Was du verstehen musst, ist, dass LinkedIn-Content dir eigentlich immer nur Aufmerksamkeit bringen kann. Du brauchst aber einen Konvertierungspart, um wirklich Anfragen und Kunden zu gewinnen. Die erste Möglichkeit, die du wirklich machen kannst, ist dir mal so eine Lead-Liste zu erstellen von Ansprechpartnern oder von auch Unternehmen, die du auf LinkedIn siehst, die für dich interessant sind. Also wirklich Top 50 Unternehmen, die du gerne akquirieren willst, weil du glaubst, dass du denen helfen kannst. Einfachste Möglichkeit, funktioniert wunderbar, Leute da wirklich in den Blick zu nehmen und die nach und nach anzugehen. Strategie Nummer 2, Direktnachrichten. Wir haben da über die Jahre vier super charmante Strategien entwickelt. Vom Smart-Pitching über den Visitor-Rebound, über Video-Outreach bis hin zum Content-Rebound. Wie man wirklich sympathisch Termine vereinbart über die Plattform. Teilweise wirklich 5 bis 10 Termine ohne Probleme pro Woche kriegen unsere Kunden über diese Strategien hin, wenn man es richtig macht. Strategie Nummer 3 ist der sogenannte Conversion-Content, dass wir natürlich auch probieren, in unserem Content unsere Aufmerksamkeit zu konvertieren. Und das ist wirklich eine Kunst für sich. Wenn dich das interessiert, da tiefer einzusteigen, kann ich dir nur unseren Social Selling Accelerator, also unseren Kurs empfehlen. Da wird das ganz genau erklärt, wie du direkt über deinen Content wirklich auch Anfragen und Termine bekommen kannst. Strategie Nummer 4 sind LinkedIn-Events. Und da spielt vor allem der Vortrag, den du da hältst, der Digitale, eine gigantische Rolle. Auch da haben wir Kunden, die 100 Zusagen bekommen haben für ihr Event. 20 Leute waren live dabei, 4 Anfragen, 2 Abschlüsse. Und das ist natürlich eine super coole Möglichkeit, auch seine Kontakte konvertiert zu bekommen. Wenn das alles steht und dieser Vortrag richtig gut ist, dann können wir so ein Vortragsfunnel bauen. Da werde ich auch nochmal ein zusätzliches Video dazu machen, wie du diesen Vortragsfunnel gebaut bekommst. Aber da kannst du die Leute organisch sowohl den LinkedIn-Content als auch die Ads reinschicken. Die Leute gucken sich einen aufgezeichneten Vortrag vor dir an. Wenn das spannend ist, buchen sie sich einen Termin und du hast stabil deine Anfragen. Und E-Mail-Marketing nicht zu unterschätzen. Wenn du wirklich einen Lead-Magnet aufgebaut hast, wenn du den Vortragsfunnel zum Beispiel hast, sammelst du dadurch natürlich immer weiter sozusagen E-Mail-Adressen ein. Und ich würde sagen, wirklich 30% unseres Umsatzes ist durch nachgelagertes E-Mail-Marketing gekommen. Das sind alles Strategien, die super gut auf LinkedIn sozusagen funktionieren. Und das wäre auch die Aufgabe für dich, mal zu überlegen, welche der Strategien du heute eigentlich schon machst. Vielleicht nutzt du heute zum Beispiel schon Direkt- und Direkt-Nachrichten in irgendeiner Form. Wenn die anderen aber alle blank sind, dann sollten wir vielleicht uns irgendwann mal unterhalten. Oder du bist mal beim Training dabei, wo ich dir das in der Tiefe erkläre. Aber genau das machen wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden im Mentoring, wo wir genau diese Klaviatur nach und nach ausrollen. Und jetzt wird es spannend, denn tatsächlich kommt jetzt die Frage nach dem sogenannten Türöffner-Angebot. Denn folgendes Problem, trotz ersten Gesprächen und auch Interessen von deiner Zielgruppe besteht noch ein hoher Kaufwiderstand und Skepsis. Mir wurde das mal so erklärt, Bias-Resistance im Englischsprachigen, dass die Leute wirklich so mit verschränkten Armen vor dem Rechner sitzen und sagen, was will mir der verkaufen. Und das bedeutet, gerade am Anfang geht es wirklich darum, relativ zügig ein kleines Angebot verkauft zu bekommen, was der Zielgruppe schon mal einen Mehrwert bietet, vor allem Vertrauen aufbaut und auch begeistert. So die Rahmenparameter sind bestenfalls, dass auch nicht gigantisch viel Zeit in Anspruch nehmen darf, so maximal einen Tag und wirklich maximal 3.000 Euro kosten darf, auch wirklich im B2B-Bereich. Das Beste, was man da so machen kann, ist vielleicht wirklich so ein eintägiger Workshop, teilweise vor Ort, teilweise sozusagen digital oder zum Beispiel ein Zwei-Stunden-Strategie-Workshop und das ein bisschen kleiner machen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch gemacht haben mit unserem Social Selling Accelerator, dass wir so einen kleinen Kurs gebaut haben und der alles verändert hat. Das ist aber immens wichtig und das ist wirklich der größte Fehler, den die meisten Leute machen, dass sie versuchen, über LinkedIn direkt die Leute in ihr Kernangebot zu bekommen und das funktioniert meistens nicht, weil es an diesem Vertrauensgap, sozusagen an dieser Vertrauenslücke scheitert. Und dann ist eigentlich der letzte Schritt in diesem Spiel, was ist dein Kernangebot? Das bedeutet, letzter Schritt, wo willst du deine Kunden hinbringen landfristig und wo verdienst du dein Geld? Weil wir sind klar, mit diesem Türöffner-Angebot verdienst du vielleicht ein, zwei Mark, aber es ist eher ein Spiel, Break-Ever auch zu sein, wenn du irgendwann mal Werbeanzeigen schaltest und jetzt ist die Frage, wo willst du die Leute langfristig hinhaben? Das kann ein sechs Monate Beratungsprogramm sein, das kann die Zusammenarbeit in der Agentur sein, das kann, dass die Leute deine Software für die nächsten Jahre benutzen, aber das ist die gesamte Klaviatur, die du auf dem Zettel haben musst, um wirklich Anfragen und Kunden über LinkedIn zu gewinnen und auch mit deinem Unternehmen zu skalieren. Wie gesagt, wenn du dir das Arbeitsplatz sichern willst, kurz, was habe ich gesagt, LinkedIn-Marketing-System in die Kommentare schreiben und dann schicke ich dir das Ganze direkt zu. Ganz wichtig, als erstes wirklich sauber dieses Arbeitsblatt ausfüllen, dann draufschauen und so ein erstes Gefühl entwickeln, ob das vielleicht deine Strategie für die nächsten Monate sein könnte und wenn du dann sagst, hey Robert, ich habe keine Lust, das alleine zu machen, unterstütze mich bitte dabei bei der gesamten Umsetzung, dann geh gerne auf leadersmedia.de und buch dir da einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch mit meinem Team und dann können wir gerne mal auf diesen Zettel draufschauen, auf deine Strategie draufschauen, was du vielleicht schon hast, welche Elemente und welche dir noch fehlen und dann können wir natürlich auch darüber reden, wie eine Zusammenarbeit aussehen können, weil das, was du hier siehst, machen wir wirklich tagtäglich in der Zusammenarbeit mit unseren Mentoring-Kunden und helfen ihnen genau dabei, diese Strategie wirklich zu perfektionieren und dann wirklich in kürzester Zeit erfolgreich umzusetzen. Das würde mich immens freuen, dich vielleicht in einem Beratungsgespräch oder auch in der Beratung in der nächsten Zeit begrüßen zu dürfen und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.